Ja Leute und herzlich willkommen. Wir hocken hier gerade alle zusammen in Sektor B mit einigen Leuten. Jo. Hallo. Hallo. Können wir uns mal ganz kurz vorstellen. Guten Abend. Timo, Timo, wo bist du nochmal? Du bist oben, gell? Snipen? Ne, ich war hier an der Tür. Achso, okay. Timo, dann haben wir vor mir. Wer sitzt vor mir? Ja, ich bin das, HDGamer. Okay, und oben snipen. Wer snipet oben gerade? Timo. Alles klar. Hinten haben wir außerdem noch Nico und Luca. Luca. Jawohl, alle zusammen. Ja, wir haben uns in Sektor versammelt und wollten mal ein bisschen Sektor klären. Ist jetzt einer von Luister in der Tür oder? Ähm, Leute, die auf den Hoteln und Towern sind alle soweit tot. Ja, hinten auf dem Dach von dem... Ich warte nur darauf, dass jetzt ein Schuss kommt und der in der Tür stirbt. Äh, alles safe. Ich warte, sehen Sie sich nicht. Ja, ich habe ihn, wuhu. Ach ja, ich natürlich mit Gilly und der besten Buffer ever, AK. Oh Gott, der hat so richtig verschissen. Wahrscheinlich ist der der letzte, der sterben wird. Äh, der ist nicht tot. Der hat sich hingelegt. Echt? Einfach der, der allein überlebt. Jetzt ist er so... Hä? Wollt ihr wieder vor zu sterben? Nee, nicht so wie letztes Mal. So, das sehe ich schon gar keinen mehr irgendwie. Das letzte Mal haben wir drei Minuten, das Dagon schreibe, drei Minuten gebraucht, um alle zu sterben. Ja, Leute, lass... Leute, lass mal jetzt an den Angers vorbei Richtung Hotel kriechen. Okay. Okay, ich hab dich gerettet und bekomm dafür auch noch Bandit. Leute, jetzt krabbeln wir jetzt nicht alle los oder was ist los hier? Ja, komm, komm, komm. Schau, komm, komm, komm. Schau, wollt ihr krabbeln? Ich bin letztes Mal rübergerettet, hab's überlebt. Alle, die haben... Ja, damit die Entsicht nicht einmal alle werden. Äh, Achtung. Was? Nicht zusammen durchkrabbeln hier. Oh Gott. Ja, wir wollen ja nicht zum Flugzeug krabbeln, sondern bis zum Hotel. Das ist besser. Wenn wir mal mit dem Flugzeug da hinfahren, dann kommen die ganzen NPCs angerannt wie die Behinderten. Und dann habt ihr ja eh verkackt. Habt ihr ja gesehen, dass er da nicht mehr rauskommt. Wie das ausschaut, ey. Also letztes Mal hab ich mich echt gewundert, dass ich's überhaupt zum Flugzeug geschafft habe. Warum krieg ich so langsam? Was ist da los? Das stimmt getriff' das. An die sind, ups. Das sieht so geil aus. Ich dachte, ich spiele hier grad mit Pros. Ey, warte mal. Ich muss halt von ganz hinten aufnehmen. Ich will die ganzen Zug-Szene, ohne Witz. Ich auch. Geht mal, wir vorbei alle. Möchtet ihr mal kurz auf mich warten? Ich bin der langsamste hier. Die Presse ist die schnellste. Ich würd sagen, wir machen uns da hinten noch den Yuri klar dann. Ja, Leute. Ihr habt auch einen mit Yuris. Ja, wir haben nicht mal Zeug dabei, um den zu erzeugen. Ich meine, wenn man schon einen haben kann. Ja, egal. Wir sind so sekt, denn hier gibt es genügend Material, um den zu repairen. Echt? Ja, ja. Allein schon moral, oder? Ja. Wir müssen wirklich darauf sechs Scheiben herzunehmen. Ich sie bot, ich sie bot. Ich sie bot. Erste Tower. 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 Der traumatisiert wird er den. Bitte den Panda. Da kommt einer auf uns zugerannt vom Hangar aus. Ja, Rechts davon ist noch einer. Ja, ich weiß, der steht da. Es ist ein Ratedor. Wer kriegt zurück, um den Yuri zu sehen? Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Leider, wenn er leicht kann man kurz schießen. Wie sie gerade auf uns? Los, komm. Es ist zwei Aktivisten. Es ist zwei Aktivisten, der Arschloss und zu Angebote. Einfach. Aber das ist kein. Ziemann, der erste Legt sich jetzt haltet mal die Vorgehen. Aber er zerbringt. Oh, meineheid. die schießen von der Stadt aus Hallo nein die Schießen ja das sind Schüsse vom Acker doch ich habe hundertprozentig Schüsse von der Stadt ausgesehen Ah ja da hinten, da hinten! Alter von der Stadt! Da schießen wir hinter uns Ok, ich wollte sagen, Planänderung, wir rennen zum Flugzeug Ich renne jetzt nicht so hin, ich krabbel zum Flugzeug, Scheißdruck Ich auch. Schießt auf uns am Visier Das ist verwechelt hinter uns Oh Gott wie das aussieht ey Ich würde sagen, ich hopp mich in die 1830 und flieg damit in die Reihen Ganz hartes Problem! Wo seid ihr alle? Kommt zum Flugzeug, kommt zum Flugzeug, einfach zum Flugzeug Einfach einmal aufstehen, da siehst du uns alle Ja genau Schaut mal bitte jemand in seinem Gear nach Ich weiß nicht, ob da noch der Engine dabei hat Hahaha Oh goddammit Wir werden alle sterben Drück mal, drück mal G Leute Drück mal G Leute, hör auf den Scheunen, sie sind so gut wie tot Leute, hör auf den Scheunen Ja, aber sie waren in der Scheune, der Ausfall Ich bin in der Scheune Ich sterbe, ich sterbe, ich bin tot Ah, wenn du in der Scheune bist Okay Hahaha Hahaha Wie war das nochmal mit nicht sterben? Äh Leute, wie ist jetzt der Plan, wie riecht mir grad alle so schön auf mir abführt? Ja, wer ist jetzt alles auf? Der Plan ist im Arsch, wir krabbeln zum Flugzeug und dann heißt es zu überleben Hahaha Und dann gehen wir wieder zum Hotel, ne? Natürlich gehen wir wieder zum Hotel Kein Plan, Alter Ich würde eher sagen, dass wir versuchen zu den anderen Häusern da hinten zu kommen Zu den, zu den Ja, wir könnten natürlich auch einfach geradeaus in die Stadt reinkrabbeln Der Vorteil ist Der Vorteil ist, die Bots der hinten stehen jetzt wieder friedlich rum Da die uns verloren haben Hahaha Ja, vielleicht krieg ich mich echt einfach in die Stadt ran Ich hab jetzt meine Bison ausgepackt Wir müssen halt einfach schnell reagieren, wenn wir Bots sind und die schnell töten Ich hab meine Bison ausgepackt Hahaha Voll bosshaft, ja, ihr habt jetzt eh die Bison ausgepackt, jo Jetzt haben sie alle verkackt Ja, besser wie eine F420 bei sowas Oh Gott Ich hab meine Bison rausgepackt Das muss jetzt Das wäre jetzt Selbstmord Nein Das war die Stadtreinkriechen In die Stadtreinkriechen vielleicht auch, aber trotzdem Hahaha Also, ich glaub wir sind groß genug Hat jemand vielleicht Penke, oder? Jo, ich Nee, jetzt kommt er dann irgendwann fängt er an mit dem Penke Ich merk grad, wir sollten aber an den Häusern da vorne, die da kommen, vorbeikriechen Weil da drin, da links dann drin, das ist so ein Marktplatz, wo meistens auch so ein Ja, da steht aber auch Moral So Moral steht Also, ich hab Painkiller, aber die geb ich dir jetzt nicht Also, das war der Essen Doch, mach das mal Also, das war der Essen, das Moral drin stand Vor dem Hörst du mal auf Boah, warum lade ich nach, what the fuck Ja, halt doch nicht an dir, ey Ja, ich hab nachgeladen Ja, wie das aussieht, wie wir einfach zick rum im Arsch wackeln, Alter Hahaha Ist schon Ja Eine Folge lang Kriegen Das wird viel Schneider abhalten Shake your ass bitch Hahaha Shake your ass Oh Gott Shake your ass for me Come on girl Shake your ass for me Das ist Ich will dich jetzt recht überlehen Das Problem ist hier, wo wir jetzt gerade schon hab ich vorhin schon Bock mehr gesehen Ich weiß nicht, wo der hin ist Da würde es uns mal überraschen Da war die Klammer oder irgendeinem Baumhocken oder so Wir kommen jetzt einfach links raus und kill uns einfach alle Haha Wer macht das? Ne, ne ne, ne Ne, ne Ich soll zurück zum Koch zurück zum Koch zu gehen es wird kommen ein Zeug zum Juli er ist ja nicht wirklich gut bei ihr es auch wenn sie wollen alle jetzt er will kommen wir wollen jeden einzelnen Mann ich bin auch nicht der Wettbewerb ist mit Todesnachrichten zu sparen ich würde sagen diejenige der nicht aufnimmt muss zurück in dem vorteil da ist er glaube ich ein Bot in diesem Baum oh mein Gott was ist das wir kriechen da links von mir das ist voll schnell vorbei naja der Bot kriecht jetzt pass auf jetzt schreibe ich erst mal die nur an ob man noch Bock hat mir die Schläuche rauszurücken lol wo siehst du da eigentlich seh da nix da auch nix pernro habe ich jetzt auch keinen Bock ich weiß nicht ich krieg grad drauf zu wenn ich gleich tot bin dann wisst du was das ist achso du kriegst dann auch zu dann solltest du vielleicht nicht hinterher kriechen ne ne ich lass es jetzt lieber sein ach das ist nur so ein Holz so ein Ende vom Holzding was aussah wie so ein Kopfschmerzen ich lass euch schnieken 3 erstmal vorkriechen ich spiel hier mit unserem coolen Hipster erstmal die Nachhut ja die coolen krabbeln immer vorne weißt du doch ja bei mir hat's gelackt ich war vorhin der zweite ich weiß nicht ich nehme auf und musst du anscheinend mehr FPS haben als du ja ja ich mache auch nebenbei noch was am Computer Drabbelgrube warte mal ich muss mal kann ich auf Optionen gehen ohne dass ich aufstehe ja kannst du ja aber wehe ich stehe jetzt auf Alter dann raste ich aus Optionen ja natürlich haben es einfach alle ich kann auch mal jetzt am besten noch so den Explorer aufmachen ne weiß ich hatte jetzt eigentlich mal vor mal kurz aufzustehen hier mal rumzulaufen und dann alle zu uns jagen ne machen wir lieber nicht wir wollen ein bisschen Party braucht sich immer zu schießen wir sind die neue Erkunde Gruppe ist so ohne Witz einfach nur hobbylos über den ganzen Sektor gekrabbelt ey ist so das geilste wäre wenn wir nicht entdeckt worden also gar nicht also bis jetzt bis jetzt ist ja nur einer entdeckt worden ne ja ich glaub das lag an einer hässlichen Mütze der ist schon tot ey der ist schon weg naja du musst mir unbedingt mal den Link vom Video schicken naja ne das war die 10 Minuten schneiden wo nichts passiert 30 Minuten kriechen ey ich lass die Zuschauer wenigstens nach 20 Minuten kriechen zu gucken 10 Minuten rauschreien und 20 Minuten köpfen wenn ihr jetzt das alles überspringen wollt dann bitte einmal 10 bis 20 Minuten vorspulen reicht doch gar ja wenn du denkst dass das reicht wir kriegen einfach wirklich wir looten die Ibrains und so nach nebenbei ja in 10 bis 20 Minuten ist eh irgendeiner hier tot wahrscheinlich werde ich es sein ne ne unser Hipster ist der erste der totes der kriegt schon so wie hieß der Typ nochmal man der sieht voll aus wie der da wieder ah man fällt der Name nicht mehr ein ähm Illy ne da hab ich mich ja verhört verdammt ist egal der sieht voll aus wie so ein Typ aus dem Fernsehen den ich mal gesehen hab ja ja das stimmt schon ach komm weiß was ich kriege jetzt einfach weit also nicht kriechen sondern gehockt das macht das aber dann steh ich mir einfach hinter Killing Johan der kommt ich glaub das bringt nicht wirklich was wenn der kriecht und du stehst mir fällt grad auf ich seit ganz schön weit hinten mittlerweile krieche hier vorne rum ja naja Wolf hat mal wieder gespickt klar der spick die ganze Zeit hat nichts anderes zu tun natürlich das war ein Heli der war's für gespickt ja der kann man mit Admincam kann er gucken ach so der meinte Dino ja egal trotzdem ja ich wollte grad sagen der hat doch immer so hoch getönt dass du sowas nicht genutzt macht das trotzdem DT das ist Heli eigentlich macht sich wie jemand mit unserem Heli aus dem Staub hä was für ein Heli da wo wir aufgelandet haben äh was soll der sein der Heli hä was das wird ja schwerhörig ja sag mal Refekte lauter ich hab meinen Soundgrad komplett aufgedreht ich hab meinen Soundgrad komplett aufgedreht wir haben Streamton lauter wie den der Siegdruck ich hab gleich die Aufnahme oh Gott da oben aufm Auto hat der eine oh nein oh Gott oh nein ich bin wieder weg ich bin wieder weg ich bin wieder von der Akkarte hat das reingeförte das ist ja die Feuerwaffe kracht alle da geht es immer voll ab ich mache gerade die Rennung da voll rum wie die Behinderten sag mal es ist nicht schwer aber ich setz mal alle ruhig hallo 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 natürlich stimmt ja hast du recht er hebt ab jetzt kann ich wirklich unser ja wahrscheinlich wieder karg ach dann wahrscheinlich war der im Chat und hat da ein bisschen zugehört und jetzt haben wir Leute jetzt mal ganz ehrlich wenn der das jetzt war dann geht dann ohne Witz dann kann der nur vom Admin Instructions gekriegt haben hundertprozentig ja kann er auch nur weil wir haben kein Wort gesagt und es ist jedes Mal so ganz genau direkt für die Insektoren kommt er wieder an er hat es in einer Folge gestorben schon ja ich bin ich bin der schon geliebt ach so gut also ja Prozent tot und dort der Botte vom Medizin naja so stück neben uns und ich kann er wissen Leute erst die die Güte der letzten Sektor ja wenn man flugzeug und sich rüberfliegen aber dann auch welche auf uns zu vor und hoch 1 2 3 4 4 wo seid ihr denn gerade vier Leute oh Gott Leute ich hab gleich tschüss ja ich bin vorher ich gehe vor zu dem Panzer da Yolo ja einer muss erst den Ganon umtöten der hat rechts jetzt Angst man ja recht und mit mir hock nämlich nur rein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nehm nehm ich bin im Grunde ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin normalerweise sollen die aber nichts hören wir sollen was hat der für die die rennt vor allem vorbei die rennt vorbei mit der Zombies hören ja auch nichts mit Schönen also oh mein Gott der da vorne oh mein Gott die kommt mal her sag ich doch runter von der Straße rennt hier rein rennt hier rein wenn ihr da rechts rein geht ihr seid so tot die bangen da alle wo oh okay ich bin auft fuck fuck du shit ich renne bin ich tot oh Gott alter alle weg hier fuck ich bin tot ey spawns im Zentrum ey nicht ohne witz ey ficken ok sonst kommschon